Das ist das erste Video von den Challenger TV. Der Kanal ist uns so spontan eingefallen. Und ja, das hier ist erstmal der Maiko, der Gründer eigentlich von dem Kanal. Jo, hallo und wir werden heute... Hier bin ich, warte, am Blick, ich muss erst mal zeigen. Okay, da habe ich so. Ja, ich bin Kass, also Kass-Geldin. Also wir werden heute diese schöne Mundspülung hier testen, die ist sehr alt. Sehr alt und sehr scharf. Das stimmt wirklich, weil, seht euch das Logo an, ich müsste eigentlich von 2007, 2008 sein. Also auf jeden Fall haben wir gehört, dass es sehr scharf ist. Ja, ja, nicht wundern, wir sind hier im Badezimmer, weil hier die ganzen Zähneputzer an sind. Wir dachten, ey, wie scharf kann es wohl sein? Lass mal eine Challenge dabei drehen. Ja, und ich würde zuerst testen, wir haben hier einen Timer, wir werden auf drei Minuten stellen. Und da er länger schafft, hat dann gewonnen. Wir wissen nicht, wie es scheint. Dann nehmen wir auf. In Ordnung. Und jetzt, wir werden sehen, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt, hier ist der Timer. Kas wird ihn halten, nachdem er das reingezogen hat. Und dann einfach hier drücken, gell? Genau. Warte, ich drück dann, ich drück dann und dann geb ich's dir. Auf die. Ready. Let's go. Fertig. Es läuft bereits. Nicht so, nicht so viel, sonst haben wir bald nix mehr. Hier nimm. Er hat nach zehn Sekunden schon ein bisschen Störungen. Er gibt auf. Nein, er macht weiter. Ich hab grad eben gedacht, er hat keine Lust mehr. Zwei Minuten dreißig, wie ihr sehen könnt. Sind gleich, müsste er noch machen, um drei Minuten zu schaffen. Aber ich glaube, es sieht nicht gut aus für ihn. Spuck aus. Er guckt auf die Uhr. Er kann es langsam nicht mehr halten. Wie viel hat er, wie viel hat er? Zwei Minuten dreizehn. Er trinkt sich jetzt voll, es war anscheinend richtig hart. Okay, okay, das nehmen wir jetzt nicht auf. Okay, er kotzt nicht. Okay, nimm's grad auf. Ja. Wir sehen sein Gesicht, es hat ein bisschen... Warte, wo ist die Scheiße, Alter? Da. Nimm niemals. Das wird auch gar nicht mehr verkauft. Also keine Angst. Ja, kann ich verstehen. Keine Angst. Ich will es nicht nehmen. Ich nimm's jetzt nicht. Doch, du nimmst es und ob du es nimmst. Oh, dann nehm ich's halt. Okay. Du musst aber mindestens viermal ziehen. Ich hab auch viermal bezogen. Okay, nimm. Nimm hier, dass noch die Zeit stoppen wurde. Also, okay. Okay, aber zieh. Du musst auch drücken, weil ich glaube, du nimmst weniger. Nee, lass... Zieh, drück, drück, drück. Mach... Du ziehst... Warte. Du ziehst nicht so viel. Nee, du musst schon da... Zieh mehr. Mehr, 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 mehr. Drück, drück, drück. Mehr, ich hab voll viel genommen. Und drück auch, und drück auch. Hast du was im Mund? Ja, du... Drück immer mehr. Über... Hast... Zieh, du musst ziehen. Wir streuen. Kriegste. Drück, 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 drück. Drück mehr, 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 mehr. Komm, du musst was raus. Kommt was raus. Mhm. Mehr, 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 mehr. Komm, sei der Challenge, Bro. Du hast den Kanal gemacht. Da kommt gar nichts raus bei dir. Ja, mach, mach, mach es das mal. Okay, gut. Dann nimm du mal so auf mein Gesicht. Sieht man halt, du verdeckst die Kamera gerade. Wenn du umdreht, raum. Ja, gut, okay, mach. Mach so. Jetzt hältst du fest, ohne die Kamera zu verdecken. Und jetzt ziehst du einfach dran. Zieh einfach dran. Ich hab was dran. Du hast wenig drin, der warte ist mir mal auf. Teil mal läuft. Das ist so brutal. Ah, ich glaub, er hat nicht so viel drin wie ich, weil ich hab recht klein gezogen. Ja, man merkt es, ne? Ja. Ja, das wird brutal. Oh, das hat Nachwirkungen. Ich mag. Ich hab zwei Minuten 13 gehabt. Oh, er weint. Ja, ich muss da auch weinen. Was los? Ja, ach so, ja. Oh, ja, das zieht, ne? Boah, Alter, ich kann mir grad grad die gehen. Oh, okay, er hat's geschafft. Okay, wie lange schafft er noch? Wie lange schafft er das noch? Ja, wir sind hier. Er hat mich auch im Bett. Fressen ist er auch der Beste. Ja, okay, komm, Spucksaß. Okay. Wuuu. Wenn man's ausfällt. Challenge accepted. Challenge accepted. Challenge accepted. And the winner is... Ja. Ja. Das war's mit unserer ersten Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch lassen. Auf jeden Fall abonnieren. Also, für die erste Challenge fand ich es gar nicht mal so schlecht. Wir füllen die Toilette, genau. Ja, genau. Ja, daumen hoch lassen. Es wäre cool, wenn ihr wirklich abonniert, weil... Und das da bitte nicht machen. Das ist... Das ist... Das ist kaputt. Richtig gut. Wir werden, äh, ja, weit mehr Challenges aufnehmen und die werden natürlich immer krasser. Lass einen Daumen hoch, da um uns zu unterstützen und dann würden wir sagen... Bye-bye, meine Freunde. Wuuu. Wuuu.